NostarafuTV auf Twitch, aber auch YouTube. Sehr geile Parodien von Streamern und vielfältige Konzepte auf Twitch. Einmal mehr habt ihr, liebe Zuschauer, in einem epischen Voting eure Clips des Jahres, in diesem Fall 2022, gewählt. Hier sind die Top 20 Twitch-Clips von meinem tollen Channel. Kommt doch mal vorbeigeguckt. Los geht's! Das wird entweder das Wunderschönste, was hier auf Twitch passiert ist, oder ganz, ganz finster. Ich glaube, es wird irgendwas in der Mitte. Sinnfrei, Ex-Post sagt, das ist toll, wenn man zu schulden kann, das ist ein bisschen schlimmer Mensch. Das ist toll, wenn man zu schulden kann, das ist ein bisschen schlimmer Mensch. Sie kriegt mich aufgebrustet, Alter. Und dann kommt der Arndt und sagt, ja, Futsch, nö, sitzt mit seiner Mutter unter Beidewein, Polarin. Ich pisse ein, Alter. Ich fühle schon alles weh. Du bist müde, mein Junge. Ich habe heute nicht so viel geschlafen heute Nacht. Du schläfst die Nacht überhaupt nicht. Ich mache mir munter. Ich ziehe dir aus und stecke dich in die Pfanne. Du wirst von oben bis unten geschrubbt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tür zu. Feierabend. Hat sich ausgeta- Ah! 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 Komm, mein Kleiner! Komm! Komm her! Ja komm, schön machst du was! Komm! Ja, ganz schön! Ja! Schön! Ne? Da ist was im Weg. Ja genau! Komm her! Ja! Ja! Sehr schön! Oh, machst du das gut? Na? Ah! Ha, ha, ha! у! Delta Romeo 25 Sat для Рои in 3,2,1! Nein! Es ist eine... Wie hörst du da? Dann war die vielen tollen Kasschen. Das ist gut. Abheben! Nein, die Leven! Nein, die Leven! Ich hab's alles gemacht. Tornado. Geht. So, also jetzt gibt's ein Frouling-Avergad. Was reimt sich auf Blackie? Ähm. Fohlen zertreten. Du Schwanz. Bats ist das. Bats ist das. Das ist so egal. Oh, es ist so egal. Okay, du kannst es. Das ist mein Lauf. 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 Was ist zufrieden? Ach, was zieht? Was ist sie von dem Haar? Au. Das zieht. Hahaha. Das zieht, Alter. Au. Das zieht, Alter. Danke. Danke. Der bisher beste Alert in vier Monaten Twitch. Du bist seit vier Monaten auf Twitch und hast noch nie so einen geilen Alert gehört. Okay. Ich habe so Bock, diesen Knopf einfach zu drücken. Echt? Jetzt schon? Dann wäre es einfach vorbei. Oh Gott. Los geht's. An den Pusen weg. Los, an den Pusen, der stört mich. Ja, man sieht den ja nicht. Mich stört das nicht, aber ich darf einen nicht zeigen. Das ist gut. Er darf mir nicht zeigen. Mach den weg hier. Du, ich zieh mich gleich nackt, außerhalb meiner ist schöner mein Pusen. Ich will doch nicht aufs Gummis sein. Ja, der ist ja aufs Gummis. Okay. Quatsch. Ich will doch sein hier jetzt hier so kurz verschwinden. Alles gut, junge Frau. Wir haben nur geguckt, ob hier was dabei ist, was wir gebrauchen können. Der Mann ist gestolpert. Der hat ein Problem mit seinem Fuß. Das hat so eine Konsistenz. Wieso ein? Wieso ein Schaumstoffkissen oder so? Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Geil. Geil. O-A. Sternchen Schmatz. Sternchen M. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. O-A. Was ist das? Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen H-E-E. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Warum schmeckt das so genial? Es schmeckt viel besser. Sternchen Schmatz. Sternchen Schmatz. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Viel besser als jede Kokosnuss, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich piss hier rein, Alter. Diese Lippen. Sie ist so geil, Alter. Lassi, jetzt sag doch mal. Sieht das für dich attraktiv aus? Ich bin Stonehenge, Alter. Ich bin Stonehenge. Das ist doch nicht gefährlich. Das ist doch ein kleines bisschen Waterboarding. Ach, warte mal. Hä? Ist Stonehenge nicht die Osterinsel? Ist das nicht das Gleiche? Ach. Uh-oh. Das ist wahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir müssen uns dal Hause hinterher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.